Piratendeputier Sven Klemann und Marc Gürgen haben in ihrem 15. Jahr in der Schambe viel errichtet. Sie haben die Regierung kontrolliert und nicht gezeigt, schwere Stossien umzugehen. Sie haben über 1.600 Fros gestalt und konkrete Lesungen proposiert, mit über 20 Gesetzproposen. Und Piraten sind noch lange nicht fertig. Mehr Info auf piraten.lu